Musik So Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal Heute machen wir ein bisschen Raubbeerfall Mit zwei Kugholingen dazu Und einmal den Berg Da ist ein Freund von mir, den ich gestern kennenlernt habe Auf jeden Fall das erstmal zu jetzt Ich möchte 5% haben Hallo? Nein! Gib Robi lieber Ich will nur 5% So So wie ihr es schon seht, bin ich der Pilot Muss gleich den Jets ausweichen Und den Rest teilt so Auf Wärter und Sprengdruck gerecht auch Sing now Sing to me Sing Don't you sing to me Sing now Sing to me Sing to me Sing to me Sing to me Rollerball, du hast noch nicht die anderen Prozente ausgeteilt, die geht immer hier zum Bär und der Schalter Was? Nein. Ich bin in den Streifenwagen. Streifenwagen sind meine absoluten Lieblingswagen. Ich bin in den Streifenwagen. Wieso willst du bei mir mitfahren? Ich fahre in eine völlig andere Richtung. Du musst mit dem Werther mitfahren. Ich bin in den Streifenwagen. 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 Chau, wie es wird dann? so diese besetzt schon gestorben dann steigt er gleich bei ihm ein, bei Robby Wer die Musik noch geil findet, den Link zur Musik stecke ich euch auch noch in die Beschreibung so 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 Und noch ein, und noch ein. Mein Auto kann nicht schlecht hier so parken wie es jetzt ist, daher einmal operieren. So. Ja, die Seiten füllen jetzt so auf, das wissen wir. Lassen. Komm, sieh höher und höher und höher. Das ist unsere Hilfe. Wir können euch da drin nicht helfen. Da sagen, dass ich so niedrig fliegen will. Ich stelle mich jetzt da oben hin und fertig. Ich schneide mich gleich noch kurz und trocken, gut fliegen und dann fertig. Aber die Höhe reicht nicht. Ja. 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 so leute auf dem flugtag ist erst mal gott noch drauf gleich kommt das signal von den von der polizei da unten dass man verfolgt wird ja ja die jets sollen mich mal kreuzweise die können wir nicht ich fliege runter und könnte reingehört aber ich mache immer ein bisschen spaß mit den jets dann mal soo nächster jet will mit dem jet dann einen verteilszusammenstoß haben kann ich den irgendwo einholen hey berg halt dich mal zurück er will in 1 gegen 1 will ich halt los komm 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 ey man berg du sollst mich zurückhalten ich verfolge die jets nicht ohne grund im frontalzusammenstoß und jetzt gehts auch zum nächsten in hoffnung dass berg den ich schon wieder von mir holen los komm da ist der jet schon mal komm und 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 das ist ein wonderworden gegen den jet das nenne ich mal kampfgeist I'm going wild! Mann, ich erwisch den Jet nicht! Was sollen die für Arsche? Komm! Und? Und, 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 der brennt! Musik Musik Kurze Frage, fehlt von dem einen Flugzeug jetzt das Höhenruder, bestimmt, sonst will es sich nicht so drehen, los, nächster Chat, nächster Monovan, hast du bekommen, Leben und Tanz rum, ja, gut, brauchst du nicht mehr, dann geht's, Ja, kommt her zu mir. Berg, halt die Bullen mal weg. Ja, ist klar. Zwei Raketen gehen auf ein Polizeiauto und beide fliegen daneben. Natürlich ist es wieder so ein Fell. Bobby, du hast keinen Gurtmus. Ich meinte, Berg, du hast keinen Gurtmus. Los, komm. Los, ich will ein Heli. Ey, darf man nicht mal eben ein Heli rampieren? Egal. Also Leute, ich würde mal sagen, wir verpissen uns jetzt so auf den Schnellweg in Höhe. Ich weiß. Was ist los? Ja, ich weiß. Ich weiß. Das ist so gut. So. Oh. Das ist normal. Wir haben Gottmut. Ähm, Berg, kümmert sich mal um den einen Heli. Und jetzt. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich weiß. Wir haben uns jetzt noch mal ein Ehren. Wie, 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 wie? Wie, 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 wie? Wie, 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 wie? Wie, 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 wie. Ich krieg den Heli nicht. Hey, Bär, komm mal auf Höhe. Bär, komm mal auf Höhe. Aber nicht zu tief, bitte. Ansonsten hast du eine Plattform gleich über dein Heli. Ihr könnt hier mal versuchen, aufzusteigen. Hier. Ja, um den Handy runterzuholen. Okay. Ey, Robby, wir verrecken dich. Ja, nur gesagt, 5, 6, 7. Jetzt haben wir ihn. Was? Das ist nur der Salat. Einer muss nach Kuh. Ey, Bär, du sollst hochkommen und nicht unten bleiben. Das ist auch ein. Das ist ja, ich finde, wir haben. Das ist auch ein. Ja, wenn wir erstmal hier tausendmal den Helis ausweichen müssen, kriegen wir die Sterne nie los. So, jetzt haben wir endlich die Sterne weg. So, jetzt haben wir die Sterne weg. So, das Gute am Gottfuss ist, wir können einfach nur runterknallen. Aber ich mach mal doch so. So, jetzt machen wir die Sterne weg. So, jetzt gehen wir die Sterne weg. So, jetzt können wir die Sterne weg. jetzt Leute ist der Heli ganz klar? Setzt immer noch? Dann ist er nur bei mir ganz Nein der muss ich Fahrer sein, soziale Pilot So Leute, dann würde ich sagen das war es erstmal für heute als Video und wünsche euch noch einen schönen Abend Bye Bye Abonnieren und Liken nicht vergessen